In diesem Video lernst du, was man unter dem Hemming-Code versteht und wofür man ihn in der Praxis einsetzt. Der Hemming-Code ist eine Möglichkeit, mit dem Bitfehler bei der Übertragung von Daten detektiert werden können. Es handelt sich um einen linearen Code, mit dem man ein geflipptes Bit erkennen kann. Das heißt, wenn zum Beispiel bei der Übertragung eine 0 zu einer 1 geworden ist. Mit dem in diesem Video vorgestellten Verfahren kannst du sogar erkennen, wo genau der Fehler aufgetreten ist. Allerdings ist es nicht möglich, mehrere gleichzeitig auftretende Fehler zuverlässig zu erkennen. Das ist der linearen Natur des Hemming-Codes geschuldet. Stell dir vor, du willst das 1-Byte, also 8-Bit lange Datenwort 10110100 übertragen. Wie lautet hierfür der Hemming-Code? Stell dir vor, du packst die einzelnen Bits in Waggons eines Zuges, den du dann auf seine Reise zum Empfänger schickst. Bestimmte Waggons sind für die Security reserviert, nämlich alle mit einer Zweierpotenz, also 2 hoch n. Diese Waggons entsprechen im Hemming-Code den sogenannten Paritätsbits, die zu Fehlererkennung herangezogen werden. In diesem Beispiel sind die Waggons mit den Nummern 2 hoch 0 gleich 1, 2 hoch 1 gleich 2, 2 hoch 2 gleich 4 und 2 hoch 3 gleich 8 für die Paritätsbits vorgesehen. Ein weiteres Paritätsbit wird nicht benötigt, da das Datenwort nur 8-Bit lang ist und erst Waggon 2 hoch 4, also 16, das nächste Paritätsbit enthalten würde. Nun teilst du die einzelnen Bits des Datenworts auf die Waggons auf. Wichtig ist dabei, dass die Waggons für die Paritätsbits übersprungen werden, das heißt darin befindet sich am Ende keine Zahl. Die Waggon-Nummern, in denen sich nun eine 1 befindet, werden in Binärzahlen umgerechnet. Wie du das machst, erfährst du in dem Video Dezimalzahlen in Binärzahlen umrechnen. Für dieses Beispiel musst du 6, 9, 10 und 12 in Binärzahlen umrechnen und erhältst 0100, 1001, 1010 und 1100. Nun addierst du diese Zahl binär. Achte aber darauf, dass du den Übertrag hier nicht mitziehst. Das heißt, du addierst zunächst 0, 1, 0 und 0 und erhältst als Ergebnis 1. Danach addierst du 1, 0, 1 und 0 und erhältst als Ergebnis 0. Der Übertrag wird hier nicht mitgezogen. Für die nächste Stelle gilt dann 1 plus 0 plus 0 plus 1 und das ergibt 0. Als letztes addierst du die führenden Stellen und erhältst als Ergebnis 1. Letztendlich prüfst du auf diese Weise für jede Spalte nur, ob die Anzahl der Einsen gerade oder ungerade ist. Ist sie gerade, so trägst du eine 0 und ansonsten eine 1 ein. Die Bits der so entstandenen Bitsequenz entsprechen den einzelnen Paritätsbits. Das heißt, du trägst nacheinander 1, 0, 0 und 1 in die für die Paritätsbits vorgesehenen Waggons ein. Das, was nun in den einzelnen Waggons des Zuges steht, ist der Hemming-Code. Dieser Zug fährt nun los zu seinem Ziel. Doch wie wird am anderen Ende überprüft, ob die Übertragung fehlerfrei funktioniert hat? Hierfür werden wieder die Waggonnummern, in denen sich eine 1 befindet, in Binärzahlen umgerechnet und die Ergebnisse ohne Übertrag addiert. Zu den Waggonnummern 6, 9, 10 und 12 kommen diesmal, bedingt durch die Paritätsbits, die Waggons 1 und 8 hinzu. Die 1 entspricht binär 0, 0, 0, 1 und 8 1, 0, 0. Du hältst also 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 ist gleich 0. 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 ist gleich 0. 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 ist gleich 0. Und 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ist gleich 0. Immer dann, wenn alle Bits bei der Überprüfung 0 sind, sind die Daten fehlerfrei übertragen worden. Das geht aber nur, wenn es lediglich einen Bitfehler gab, aber davon gehst du in diesem Fall ja aus. Nehmen wir an, diese Nachricht wird nun an einen weiteren Empfänger weitergeleitet, der dann dieses Ergebnis hier bekommt. Zur Kontrolle, ob die Nachricht korrekt empfangen wurde, gehst du wie bei dem vorangegangenen Beispiel vor. Zuerst übersetzt du die Nummern aller Waggons, in denen sich eine 1 befindet, in Binärzahlen, hier also 1, 8, 9, 10 und 12 und anschließend addierst du alle übersetzten Zahlen binär ohne Übertrag. Das heißt, du erhältst 1 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 ist gleich 0, 0 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 ist gleich 1, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 1 ist gleich 1 und 0 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ist gleich 0. Wie du siehst, sind in dem Ergebnis 1 enthalten, das heißt, bei der Übertragung ist irgendwo ein Fehler aufgetreten. Doch wo genau? Nun, darüber gibt dir die berechnete Binärzahl 0, 1, 1, 0 Auskunft. Wenn du diese ins Dezimalsystem übersetzt, erhältst du die 6 und das ist der Waggon, in dem ein Bitflip stattgefunden hat. Vor der zweiten Übertragung stand dort nämlich noch eine 1. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten.